Also... Hunters don't use drugs. Gewinner brauchen keine Droh. Nie. SQUAAAANGE GAMES Im Jahr 2000 Er hat die Welt gerettet. Jetzt ist er aus dem Ruhestand zurückgekehrt. Zu sichern der Weltraum. Bugsander 2 Xenoslaughter What? 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 Ich bin ein bisschen leicht irritiert, muss ich ehrlich mal sagen. Ich lasse es einfach mal so neu spielen. Ich bin ein bisschen leicht irritiert. 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 So, geh schütze ihn. Ehhhhhhhhh. What? Buck, das ist ich, Phil. Du wirst wieder aufgewachsen. Du wirst du wie zu gehen und zu schnauern, oder? Ja? Es gibt was auf der Schreie, die dir sagen, wie zu machen. Ich meine, Buck. Das ist der zweite Spiel. Du wirst du all diese schnauern. Wut? Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Was war das jetzt mit dem Rigid Morphie zu tun? Oh, shit. I'm sorry, Buck. I forgot there's no double jump. Just crouch. We gotta try crouching, Buck. Ja, thank you very much. A fucking crouch prioritized over a double jump. Who is this? Who are these people above us? What? Alright, that's a good crouch, Buck. That's a good crouch. Good boy. Good boy. Alright. Fucking scoping and scheduling bullshit. Fucking double jump. Not more important than a crouch. Who the fuck? What? Stay sharp, Buck. A bunch of your ex-wife's new alien boyfriends. There they are. Coming right at you. Just shoot them, Buck. You remember how to shoot, don't you? Shoot, Buck. Shoot, Buck. What is this? What? 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 The hell? Oh, I'm so excited. It lit up to be able to... What the hell? It is such... What? It was so much... It was just a tutorial. This is just a tutorial. Easy. You did it. You opened the door. You're a fucking team. You are my favorite client. It's me, by the way. You can go with the train. Walk again, I'm still your divorce attorney. Let's go. I'm a little bit confused, or not? I'm a little bit confused, or not? I am a little bit more ass and a little bit more serious. What? Ah, da kann man nicht rausgehen. Was will er von mir? What the hell? Da komme ich nicht durch. Ja, ja, wundervoll. Oh, da kommt noch mehr. Wer klopft? Who's knocking on my door? What? Are you gonna answer me or what? I'm coming in. You better not be doing anything weird in there. I'm coming. Why didn't you say goodbye to mom and dad before they left for their trip? It's crazy game. It's crazy. We got the place to ourselves now. Guys. Oh my god. Don't give me that luck, narc. What are you mad that I'm throwing this party tonight? What? What do they do? It's fine. Mom and dad are gone for a whole fucking week. We can do whatever we want. What do they do here? Here, come on. Try some. You know it's good for your depression, right? Okay. We're totally gonna rage tonight. I cannot wait. I gotta text Jen and make sure she brings the good shit. Did you know she almost got a DUI? Don't tell anyone. That is a secret. But everyone already knows. It's really fucked up. Her parents took away her car, which sucks because we could fit two kegs in her trunk. Ah, da kann ich meinen Charakter auswählen. Sagt mir eigentlich gar keiner so zu, gell? I don't know, but honestly, it's really obvious just from watching them. They don't even like each other. I scrubbed him, dude. Ugh, finally. There you are. I felt like I was losing my mind. So, do you want any or nah? Nope. Nope. Fine, more for me then. Alright, I'm gonna go get ready for the party. This stuff's gonna last me a week. It is powerful. Token sin et so good. Moment mal, I'm gonna go kurz mal machen. Einstellungen. Audio, Text, Sprache. Audio, Allgemein. Allgemein. Text, Sprache, Standard. Text, Sprache. Text, Sprache. Untertitel. Machen wir mal aktivieren. Und da ist Standard. Da gibt es halt nur Standard. What? Normaler Modus. Äh. Da kann ich gar nichts ändern. Schwierigkeit. Ah, doch. Jäger-Modus. So, so. Deutsch, Text, Sprache, Deutsch. Text, Sprache, Deutsch. Dankeschön. Aber, das will ich aber nicht. Äh, bestätigen. Audio. Äh, äh. Äh. Sonst haben wir da nichts. Häubigkeit. Peinliche Häubigkeit. Brauchen wir nicht. Pausiert. Wir fahren eine Bambelfort. So, was müssen wir jetzt machen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Also, unsere Schwester ist hier der größte Junkie. Das haben wir schon mal festgestellt. Leute, nehmt keine Drogen. Drogen ist nicht gut. Kusten, Schweine, Geld. Macht nur Birneblö-Matschöne. Nehmt euch ein Beispiel an mir. Nein, macht man nicht. Kassetten. Stop. Rock. Sein Zimmer ist ja schon mal cool, ne? Mal ehrlich sagen. Aber, was wir jetzt da, um was es hier geht bei dem Spielchen, haben wir immer noch keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es hier irgendwann ein Rick and Morty-Spielchen sein soll. Ob jetzt von den Entwicklern von Rick and Morty oder wie oder was anders. Keine Ahnung. Aber das Radio läuft doch. Das irritiert mich, warum das Radio läuft. Der Sound ist ja schon mal crazy, ne? Boah, er will ehrlich mal sorgen. Ah, das Bild soll so hängen. Ja, geh mal runter. Schickes Bild. Wait a second, da muss ich mal kurz was machen. So. Ah, da steht's ja schon, die Olga. Mom told me I was in charge. She did it in secret, so it wouldn't hurt your feelings. And Dad said that he flat out doesn't love you. It was actually pretty messed up. By the way, Mom left you a note on the fridge. Go read it. Then come meet me outside. I need your help grabbing party shit from the store. Aha. Also unser Daddy liebt uns nicht und sie hat ne Einkaufsliste am Kühlschrank, damit wir endlich hier mal die Party starten können. Weil sie wusste ja noch für die Party einkaufen. Eltern hier sturmfreie Bude oder was? Und hier dann die größte Party hier am Start oder was? Das ist ja high on life, ja klar. Hallo Liebling, es wäre schön gewesen, wenn du runtergekommen wärst, um dich von deinem Vater und mir zu verabschieden, bevor wir gegangen sind. Wir hoffen, du weißt, dass wir dich sehr lieben, aber wir können nicht weiter unterstützen, wenn du den ganzen Tag nur rumsitzt und Videospiele spielst. Du sollst dem Beispiel von Lizzie folgen. Es wird bereits an drei tollen Schulen angenommen. Ich hoffe wirklich, dass du dich zusammenreißen kannst. Halt das Maul! Warum überlegst du dir nicht einen Plan, bis wir zurückkommen in Liebe Mama? Oh, halt doch, du deine Zappel, ja. Du alte Kuh. Let's go to the store. Store. Let's go. Wo ist sie denn jetzt? Wo steht sie denn? Ah, da. All right, you know what, fuck you. Two can play this game. I'm just gonna... So, I guess... Oh, shit! Oh, what's that? What? Get down and stay quiet. What the hell? Oh, sieh, das ist ja. What? Ja, klar verstehe ich, was sie sagen. Mr. Pilfrey. Crazy. Oh, das weiß doch ich nicht. Versteht halt nichts, ne? Oh. Päh. Crazy. Easy. Oh. Hallo? Oh oh. Ahaha. What the hell? Das ist verrückt! Was? Das ist verrückt! Kenny! Weiß doch ich nicht! Oh! Yes! Wer? Wer wird uns umbringen? Komm wir gehen ins Haus! Weißt du welchen Knopf du drückst? Muss du einfach drauf los? Einer davon! Yo! Ich sehe aber keine Aliens! Ja, sie geht ins Haus! Richtig gleich! Ins Haus! Ins Haus geht aber nicht mehr! Was soll man jetzt machen? Oh! Ich habe keine Ahnung was ich machen soll! Ich habe keine Ahnung! Ach! Da sind sie! Oh Jesus! Was soll ich? Ich verstehe halt kein Wort gäh! Was sie von mir aber eigentlich wollen! Ja du und du hast alles hier! Ich weiß! Ich weiß! Du bist ein wirklich Eucharist! Ja! 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 Ich weiß! Ja! Jeezus! Was bisschen du für ein Haarstier! Okay! Dann waren wir immer wieder gerne in Ordnung. Stop! Ganz nach oben! Oh man! Oh man! Nein, man... Wie sich leu... Das steh'n keinem... Das steh'n keinem... Das steh'n keinem... Das steh'n keinem... Ich leeees'n hier! Ja... Wir müssen einfach nur das Ding hier zum Laumen bringen... Hast du durchaus etwas dafür? Move, move, move... Ja... Oh, Scheiße... Ich muss nach Hause, ich muss nach Hause... Oh, ja, geh weg hier! Oh, Aliens! 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 Scheiße, das... Entschuldigung, das ist Rigg and Morty! Rigg and Morty... Von Rigg and Morty hab ich noch nie was gesehen! Und jetzt mal ne Zeigendricks-Serie oder so... Scheiße, du bist der etwas... ... ne zu... ... ne zu... ... ne zu... Jezus... Scheiße, Außer Erde, du, du, du... ... ne zu... Tau ab, du! Ja... Yo... ... ... Oh, thank god, you're still alive. I just killed an alien. Look, I got blood in my mouth. I think we're all gonna die. This is a kid. What, that shit? What, like a fucking microwave? Was braucht da ein Microwave? Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Hello, Aliens of Earth. My name is Dr. Mantuis, leader of the G3 Cartel. Don't resist. Any attempts to fight us will be futile. You are now officially the property of the G3 Cartel. All right, it's go time. Let's get out of here. Wait, get out of here. We'll get out of here. To find somebody who can help. You ever been to the big city? Because you're about to accept that it's a space city. What? It's a huge space city and you're gonna be out of your elements. And you better just follow my lead. What? What just happened? Looks like we made it. Welcome to Blim City. Blim City? You're gonna warp our entire house to another planet? Yeah, keep up. We'll be safe here. Now take me outside. Whoa, whoa. You're just gonna leave me here in... What, in space? Are we... Are we in space? I have a crazy game. You'll be fine. It's better than getting enslaved by the G3. Trust me. I guess that's true. Oh, we're gonna have a hideous tiger. Uh, we can't. That was a one-way trip. We don't have the coordinates to your planet. Then what about our parents? And everyone else. We will die eh nur Party feiern. Because we're trying to save them. That's why we need Gene. So, so can we please go find him? Team Warfare is ja schon cool, oder? Was sollen wir jetzt machen? What am I supposed to do? In space! Was soll ich tun denn mit dir? Ja, tu denn mit dem Weltraum. Honestly, I'm sure there's a lot more to do here than there was on your planet. Sollen wir jetzt raus? You're going out there? Ins Weltall? Yeah! Yeah! Welcome to fucking space! Welcome to fucking space! Haha! Blim City! Willkommen in Blim City! Es sieht schon geil aus! Es sieht schon echt geil aus! Blim City, oder? Oh, crazy! Er läuft halt mit so einem Teil rum und mit ihm redet, gell? Ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt machen soll. Was hab ich denn hier für eine Aufgabe? Oh! Was soll er denn für wieder kleine Mann? I don't understand you! I think drugs are very bad! Ja! Gene finden! Wir müssen Gene finden! Where is Gene? Bist du Gene? Sag's lieber gleich, sonst knall ich dir ab! Hey du! Hey du! Dreht doch mal um! Du horst! Wo guckt er denn hin? Hey we're looking for Gene Zaruthian, the bounty hunter. Any idea where he might be? Who? N-no! Do you know how many fucking people live here? And you expect me to know this-this guy? No! Oh no, of course not! Okay, not everyone's gonna be helpful. N-no! We're looking for Gene Zaruthian. I'm not sure maybe you could help. Oh, I wish I knew where he was. He owes me like 300 pesos. Huh! That doesn't sound like Gene Zaruthian to me. Also wir müssen Gene finden. Gene? Bist du Gene? Sie sehen alle so crazy aus. Und du? Hey! Okay! Okay, this isn't going so well. But let's keep asking around. We'll find something. I swear. Okay. Irgendwo findet man ne schöne Gene. Ahhhh. Excuse me. Do you have any idea where Gene Zaruthian is? What? That's my name. I'm Gene Zaruthian. But why would you- Sein name is er. You probably are thinking of the famous bounty hunter with the same name as me. Sorry. I'm some loser accountant. Oh man. Oh that's not good. Okay. Also er hat den selben Namen wie dieser berühmte Bounty Hunter oder Kopfgeldjäger. Er ist nur ein kleiner Loser. Okay. So wie ich auch. Juhu Geronimo. Aber die Gra- Where the hell is he? Blimp City has always been his headquarters, you know? We can't give up. Hey! Don't even think about going down to the slums. Yeah! This is a maintenance only shaft. Subscribe! How up? Why? Hey! Knall euch gleich ab, ihr kleinen Ochsenbröse! Hey! Hey! God! Someone has to know where Gene is! Also es ist wirklich schon witzig. Die Dialoge werden man jetzt halt noch englisch verstehen könnte. Weil so schnell lesen kann man halt nicht mehr. Aber die Grafik und die Animation und alles ist schon mega witzig. Wie gesagt, ich hab noch nie Rick and Morty gesehen. Ich weiß mal wer das ist. Die Zeichentrickserie durchgeteilt, aber noch nie angeschaut. Hey! Bist du? Bist du Gene? Du kleiner Ochsenfrosch! Ja! Achso! Er ist nicht dumm! Er checkt die Sache! Kann ich ja nichts nehmen oder so! Wo könnte dieser blöde Gene sein? Hey! Du bist Gene, oder? Excuse me! Does the bounty hunter Gene Zeruthian live around here? The bounty hunter Gene Zeruthian? Haha! You must be confused! Please go! What did you mean by that? Hey! Schau dich gleich her! Du Sackgesicht! Wo könnte der Gene sein? Gibt's denn nicht, oder? Was ist das für Gerät? Der Gerät? Robbing? Hm. Mysterious. Wie kommen wir an den Gene? Zum Gene? Nehmen oder so kann ich ja nichts. Oder schreie ich die wandern? Und reinkommen tue ich auch nirgends. Na, ich glaub das könnte jetzt immer da ein Problem geben. Ey, was bist du für einer? You can't shoot these open! You gotta have something to cut them open, you know? Oh, that's a log lock over there! There's usually some good loot inside, but we need some kind of sharp device to open it. Wir brauchen etwas scharfes zum aufmachen. Also irgendwas brauchen wir, um es aufzumachen. Nur was? Ananas! Aha! Aha! Die Musik noch, die macht mich auch noch ganz nervös, ne? Was ist das? Underlaubte warpenlagt? Die... Oh, sorry, naja, muss ja mal auf alles schießen, oder? Muss ja mal ausprobieren, Jenny. Hoppla, tschuldigung. Tja, wo könnte er sich rumtreiben? Das ist, wo er steht. Thank you so much. Shit, he's homeless? Good, fuck him, let's go. You know, I wouldn't be surprised if he's just taking a quick outdoor nap in between big bounty hunting gigs, you know? Er liegt hier... Ja, er liegt hier irgendwo auf ner Bank rum, hat er gesagt. We can't open those yet, we're gonna need something sharp. Ah, wir brauchen etwas Scharfes. Er liegt hier irgendwo auf ner Bank. Da liegt er. Uh, hello? Get away, they'll take my shit. Oh my god, it can't be. What do you want? You're not the famous bounty hunter, Gene Zaruth, you are. Who's asking? You're, you're really Gene. Gene. That's me. Billy Gene. Disappointed? Guess how I feel. Gene Zaruth. That's it. We were gonna ask for your help fighting the G3 cartel, but... Kid, do I look like I can help anyone? I just got evicted. I don't even have a goddamn hole. Can you point us in the direction of, you know, a bounty hunter friend that's still working? You know, still has their legs? Oh, 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 oh. Look at that nice house. Goddamn. Where'd that come from? That's a great fucking house. You see that house? Huh? Oh, yeah, I do. Yeah, that's this hairy alien's house. The one holding me. Goddamn. I guess I'm looking at that beautiful house. Yeah, okay. The gears are turning. Maybe I can help you. You can? But you just said... Maybe the... Yeah, 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 yeah. I said I'd help you fight the... Who'd you say? The G3 cartel? Ich glaube, er will bei uns einziehen, oder Horst? Whatever, whatever. Ja, sure. Sieht ja aus, oder? Oh, easy. Heh. I've got a fully operational bounty suit in my cart over there. Really? That's convenient. Yeah, I could turn that hairy kid of yours into a true blue bounty hunter. But if they die, I want the house. That's the trade. Are you sure? I don't think they've even fired a gun before today. And wait, you want the house in return? Yeah. This is a great deal for you. I mean, you get all my old bounty hunter shit and I might get a house. I don't know. Enough talking. Just be a gun for a second. You. Hairy kid. Put on the suit. See how you feel. Then make a decision, yeah? I can always just pawn this shit off. Okay. Go ahead. Try it on. What choice do we have? Ich hab keine Ahnung, was wir machen sollen. Echt mal, ich hab nur mitbekommen, er will bei uns einziehen, weil wir so'n schönes Haus haben. Ist sowas in der Art? Ich hab... Wow, you look great kid. Natural. Is that better? I'm not gonna die on your first bounty. Alright. I guess we'll give it a shot, but I don't know about this. Ah, yeah, shit. It's still in trial mode. But, I'm finecooler, aching. Ja. Kleingeld? Hallo Anja. Ich versteh kein Wort. Das Spiel ist crazy echt. Hol dir Hilfe an. Aktiviere den Kopfgeldjägeranzug. Drücke um da hingehen. Jo, halt Maul! Wie geht's hier Anja? Schön dich heute zu sehen. Okay, du weißt, ich warte, aber du musst an den Wettbewerb für mich schauen, oder? Okay, schau einfach an den Wettbewerb für mich. Willst du das machen? Weil es ist notwendig für das Spiel, um zu progessen. Also mach es! Was für ein Schild, du blöde Kuh! Also, die Olga da. Was für ein Schild? Wann hau du ab, sonst schieße ich lieber den Haufen her? Ich weiß nicht, was wir schon aktivieren. Schau in Richtung Wegpunkt. Ja, wo ist da der Wegpunkt? Ich suche ja grad den Wegpunkt. Ah! Perfekte Mundo! Ja, dankeschön, dankeschön! Oh! Ihr werdet nicht glauben, was es lang... Was? Ich bin irritiert. Oh, ja. Oh! Oh! Oh, okay. Let's just head to Mr. Keeps, I guess. Ah, immer diese Scheiß- Werbung hier, die Scheiß- Pop-Ups! What? Ah, geh zu Mr. Keeps' Pfandleihaus. Wo ist jetzt das Pfandleihaus? Scheiß- Pop-Up-Seite. Also, das ist ja schön, ne? Ah, die Infos gerne wegmachen, ja. Oh, Mann, äh, äh, what? Nerv ned! Pfandleihaus. Wo ist das Pfandleihaus? Ja! Ja! Ich möcht' das mal da ausschalten! Ich möcht' das mal da... Dieses Scheiß-Mail-Beer! Nein! Das Spiel ist jetzt, glaub' ich, heute rausgekommen. Das Spiel ist ja... Kennst du Rick & Morty? Die Zeichentrickserie, das ist von Rick & Morty machen da. Ah, da muss ich lang. Und du hast halt den Anfang verpasst, ne? Kennst du jetzt halt die durchgeknallte Zeichentrickserie nicht? Von Rick & Morty? Das kenn sogar ich. Obwohl ich's nie angeschaut hab. Du, 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 sieh okay? Sorry, ich, 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 dich, wie das. ...w-, wie das ist. Ja, wir können nicht in den Lug-Glox ohne was... Ich, 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 Herr Kiep ist nur vor. Du, 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 du hast es. Wir müssen... Ich glaube, wo ist es... Ich, 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 ich weiß nicht, wie ist es. Wie kann ich diese scheiß Pop-Ups wegmachen, dass die mir ja nicht immer auf den Sack gehen. Ich möchte den Anzug wieder ausmachen. Ich glaube, ich muss hoch. Ich glaube, ich muss hoch. Aber ich komme doch oben nicht weiter. Ah doch, jetzt kann ich hoch. Ah, dann müsste es hier sein. Hallo, hallo. Noch nie gehört davon. Bisschen bisschen. Aber... Aber es ist wirklich schön. Ich wollte es für mich selbst. Ah, danke. Danke. Ah. Ich verstehe halt nichts. Natürlich. Äh... Tschüssi, Kupski. Du hast halt den Anfang von der Alien-Invasion verpasst, ne? Oh, Entschuldigung. Der Anfang war ja total crazy. Hast du gar nicht damit gerechnet, weil... Sehr verwirrend am Anfang. Also unsere Schwester und ich... unsere... Wir haben... Wir haben... Einstellungen... Äh... 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 Ich habe halt nichts, wo ich die... mit ihren Planeten... Gebeamt... Sozusagen. Und wir sind jetzt halt mit unserer Schwester hier, ne? Nochmals vielen Dank. Wieso kann ich das jetzt vielleicht wegmachen? So, wo ist unser Home? Wo ist mein Zuhause? Ah, da hinten. Ah, da siehst du. Das ist unser Haus aus Amerika. Amerika. What? What? Huh, there's little guys coming out of your house. Okay? What? Und wie war dein Tag heute, Anja? Wo ist unsere Schwester? Hey! Nice house you got here. Real rixi. Zick! Da ist unsere Schwester! Das ist unsere Schwester! Das ist unsere Schwester! Okay. First of all, that alien computer is a very expensive and surprisingly operational bounty 5000. So, uh... You're welcome. What 5000? Your kid here thinks they're gonna be a big bad bounty hunter. I set them up with some fancy equipment. They'll let me have the house when they die. Kid? They're not my kid. I'm their sister. How old do you think I am? Listen here, Ball. I don't know what kind of alien you are or how fast you age. I'm just making my best guesses here. You were only gone five minutes and you already told some random alien he could move in with us. Can't you complain? Schön. Look, I know it's a lot all at once, but we need... So what? We just jump into the deep end and start hunting down G3 officers? Or what? I'm not sure you would just understand it. And then they'll let you fuck the glumpers at glumpies without a level four fuckpass, do they? What? I don't know. Well, they don't. Maybe I should send you out on a little test run first, eh? Okay, sure. I've got just the thing. A small time local gangster by the name of Nine Torg. She took my favorite knife. She's got an operation out in the slums. Maybe you kill her and get my knife back. Then we'll talk. Maybe take you out to glumpies to celebrate. Alright, so we just head out to the slums? No, moron. You gotta use the bounty 5000 to initiate a bounty. That's what I went through all the trouble of setting it up for. What? Okay, Jesus. Also, wir sollen ihm sein Messer zurückbringen. Verwende den Bounty 5.000. Mann, halt's Bauleer, du. Kopfgeldjäger. Krüppelchener. Was will sie? Yes. Die Waffe. Sie kokst halt. Sie kokst nur. Oh, meine... Nervende Schwester, oder? Am Anfang, wie gesagt, man hat angefangen ein Videospiel zu spielen. Dann ist sie gekommen mit dem Koks und dann kamen die Aliens. Ja, das ist mein Zimmer. Das ist mein Zimmer. Das ist mein Zimmer. Wir brauchen also einen Bounty Hunter 5000. Aber wir bräuchten auch noch was Schafes. um die... Jo. Oh, mein Gott. Oh, halt die Fresse. Oh, mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man laber mich nicht zu, ja. Dieses Scheiß-Kopfgeldjäger. Es ist halt auch schwierig, so schnell zu lesen. Selbst wenn es größer geschrieben wäre, ist es sehr schwierig, dann dahinter herzukommen. Die Waffe ist ja so verrückt. Wo ist der Bounty Hunter 5000? In der Garage oder wo? Und wie kriege ich die Garage auf? Äh? Wo ist der Bounty Hunter 5000? Hallo? Äh? Ich verstehe nicht. Hier drin? Im Haus oder was? Komm ich da nicht rein? Komm ich da nicht rein? Komm ich da nicht rein? Ja, aber erst muss ich mal finden, wo ist der Bounty Hunter? Das da, das braucht man neun Tork. Weibliches Oberhaupt der Tork-Familie befehligt eine Bande von Kleinkriminellen, die sie Slims für sichtbar anspricht. Muss ich ständig gegen ihre eigenen Klone behaupten? Sollte nicht unterstützt werden? Belohnung? Tausendungen? Oh, annehmen. Die, die brauchen wir jetzt, ne? Wegen dem Messer, wo er will. Was ist das in der Hand? Eine Schnecke oder was? Nein, das ist meine Waffe! Das ist meine Waffe mit der Pistole! Anja! Wir sind jetzt der Kopfgeldjäger, ne? Wir erledigen dem ja jetzt seine Jobs, ne? Ja, ich bring das! Ich glaube, es sollte nicht zu weit sein. Es sollte nicht zu weit sein. Hör, einfach folge den Wegpunkt! Das ist, warum du diesen fancyen Suit weißt, nicht wahr? Ich meine, es hat das Augmented Reality-Thinge auf dem, nicht wahr? Hallo, Bürger! Ich bin Blinden-City-Magistrate Klug Nugman und ich habe gehört, deine Waffe. Die Mörder-Rate sind auf der Rheise. Die Stadt-Water-Supplung hat sicherlich wieder von Gary the Poisoner getötet. Ich denke, wir können einen schnellen Gelegenheit von Killing nehmen. Sie wissen, es wird nicht dich töten. Okay, ich darf ihn nicht umbringen. Ich darf ihn nicht umbringen. Ich glaube, ich nehme auch schon langsam Drogen. Was? Entdecke drei Orte im Zentrum. Ich bin ja mal gespannt, wie die Alien-Invasion hier vieles rückgängig gemacht wird. Ich möchte doch auch raus hier. Hey, uh, Kid, uh, excuse me, can we get our, uh, uh, we need to make our way into the slums, please? Hold on. So you really want to get into the slums, huh? Then sit on the bed for us. Come on, come on, don't, don't make him answer this man. No, I wanna know. It's fine, we'll help. Okay, great. Hey, if you saw us at the bar, which of us would you ask out? Um Date bitten. Der Blaue, der Rote. Der Blaue, der Rote. Rot. I guess the red guy. Whoa, seriously? Okay, come on. You don't gotta say that just to make a feel better. He's a big boy. He can take it if you think he's way uglier than me. No, 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 they said me. They picked me, dude. They picked me, not you. They picked me. They said I was hotter, not you. Well, it's true. Look at you. I'm not a liar. I'm not a liar in my life. I look at you and I see Phil. No, well, it's not what they said. They said I, they picked me. They said I was hotter. Did you say that? Eigentlich is blau heiser, stimmt rot is heiser. Listen, we're not switching around here. We picked the red guy. That's the direction we're moving in. Thank you. Thank God. Thank you so much for changing you. I really thought you were gonna flake on me. Thank you. Nah, fuck you. Change your mind right now. Pick me instead. This is insane. I am so much hotter. You need to chill out, right? Just me and that's final. That's a final pick. Verrückt, oder? Hey, thanks for being honest. Well, don't tell anyone, but you can go through my door anytime you want from now on. I will secret. Pre-passage in and out of the slums. Wow, thank you. You have no idea how helpful that is. Well, my door is locked forever. You made an enemy today. You're never ever gonna get to use my door. Well, you know what? That's fine, because we have this other door that works just as well. I think we handled that as best we could, you know? So altverrücktes Spiel hier. Ich bin mal gespannt, wie's weitergeht hier. Oh, lord. Oh, lord. Ah, kann ich nicht abknallen. Scheiße. Oh, it's a topsider. Not interested. Ich glaub, der hat ein bisschen... Er hat sein... Er hat sein Bein gebrochen. Mann, dein Bein ist abgehorscht. Ich hab mein Bein gebrochen, das Bein. Oh, well. Look what we got here. Fresh meat. Hey there, fresh meat. Welcome to the slums, fresh meat. Hehehehe. Oh, boy. Here we go. Fucking kid. What's wrong, fresh meat? You scared of a little kid? Yeah, I'm a little kid. Look at me. Look at me. You scared of me? Oh, I'm scary. Not. Well, maybe I am. Hehehehe. Look at me. I'm scary. Whoa, whoa, whoa. What are you doing? Come on, he's just a kid. Don't shoot him. Oh. Can I do something with you? No. Look at how shootable I look. I'm too shootable. Oh. Oh. Hau ab, you. Petter. Come on. Let's see what you got, fresh meat. If you can't handle me, how are you gonna deal with... What? Shit. We gotta take down these drones. Oh shit, fresh meat. Bounty hunting is illegal down here. Didn't you know that? I am not shooting a kid. Go ahead. Do it. Hit me, fresh meat. Shoot me. You're happy. Ow. Am I supposed to be a friend? You shot all the drones? I could've done that with you. Gegenstand erhalten. Ah, Dura Shield Tank. Oh. Jetzt gibt's Batteries. Hey. Get back here. Fresh meat. I got done with you. Oh. Ich glaub, wenn du das auf Deutsch übersetzen würdest, ich glaub, dann wär... wär da Scham irgendwie verloren. Weil... so cool übersetzen könntest es, glaub ich, gar nicht. Oh. You must've met my son. He calls everyone fresh meat. Thanks for not shooting him. Things have been really hard since his annoying dad got shot and killed. It's been hard because even though my annoying husband is gone, my son is still so annoying too. So go ahead and kill him if you really want to. I'm not gonna stop you. I'd love to not have any annoying family members left. Yeah. Keine Ahnung, was die alten jetzt von mir will, gell. Do 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 do! Ähhh. Es sieht aber auch schon cool aus. Oh. Hey, you can't pass through here, it's Nine Torg's turn. Jesus, genug mit deinem Lêvenne raus. Un gobierno wollen wir nur 9 Torg tönen. Ja! правih! Du, 6 Torg tönen, wegst bioschritte! Du ziehst doch dich schonmal an 9 Torg zu kommen. Du hast meinen innen� in leyke klemmtenikatlichen né Benutzen erstes! Wo warst du denn gestern an? Sieden dir das mal in der Korb anschliessen? Fin stauntig an! Hey, das ist nicht mag, du ja. Ja, das ist 9 Torgs Turf. Die cooleste Turf. Shit, sie schütten uns. Schüt, 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 schüt. Es wird so einfach dich zu schütten. 9 Torgs schütten uns wirklich gut. Wir sind die schwersten in dem Spiel, ich glaube. Wer... Wer redet denn da mit mir? Ich hab keine Ahnung, ja. Wo muss ich hin? Ah, da lang. Äh, äh. Ah. Ah. Breitkopfgeleger, böser Kopfgeleger. Ich bin so schlecht im Schießen. Da ist nochmal einer. Oh, wir haben Schild zerstört. Oh, scheiße, scheiße. Schild zerstört. Ich brauch die Batterie. Batterie, Batterie. Not good, not good, not good. Not good. Not good. I will die. Ah, das ist doch nicht. Eheh. 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 Ich bin gestern schon bei Zeitens Bett. 20 Uhr warst du schon im Traumland. Warum? So kaputt? Da soll uns noch jemand umschauen, der uns helfen könnte. Hallo? Äh, was machst du hier? Wo ist Neuntorg? Weißt du wo Neuntorg ist? Wer ist sie? Wie ist es hier zu leben? Ne, wir machen erst mal wo ist Neuntorg. Folge dem Pfad entlang des Schlamms. Und das ist für mich zeitig, ja. Ich kenne mich auch nicht so, aber war hundemüde. Vielleicht auch durchs Wetter und so. Ob wenns dann immer schon früh dunkel ist und kühl und dann lieber ins Bettchen ins Warme kuscheln und dann... Ich bin ja auch gestern erst um 11 aufgestanden. 23 Uhr. Aber ich hab noch ne Stunde gestreamt. So, uh, how do you like living down here in the slums? It's sort of colorful down here at least. What? Are you serious? This is one of the worst places anyone can live. You can't see that just by looking at it? It's more sludge than anything else. And the sludge is toxic. Oof, sorry. Yeah, that sludge does look pretty awful. No, the sludge is the best part. It's the quickest way out. Just hop in there and you got a one-week ticket out of here. Imagine if we didn't have the sludge. You'd really be trapped. Anyway, you're living here is bad. Ich hab extra mein gutes Leopardenfeldbettbezug hier rausgeholt, eh. Ein heißer Feger, eh. Hey, thanks for the info, uh, wise fisherman. We'll see you later. Have a good day now. Oh, have a good day now. Alright. Bim City. Dann machen wir uns mal hier auf den Weg hier. Einen Schleichweg zu benutzen. Jippie. Jippie. Wo geh mal lang? Hier lang? Wie komm ich jetzt da rüber? What? What the hell? Wie komm ich da rüber? Muss ich da durch den Schlamm oder was? Ähhhhhhhhh. Ich glaub das war nicht so gut. Hm. Wir müssen irgendwie da rüber kommen. Irgendwie da rüber kommen. Aber wie? Hm. Guck mal. Mysterious. Wie komm ich da rüber? Wie komm ich da rüber? Kann ich da irgendwas machen? Kann ich da irgendwas machen? Kann ich da irgendwas machen? Hoppla. Was ist das? Die schießt auf mich selber. Ähhhh. Ja, Houston. I have a problem. Ich komm da nicht rüber. Ähm. And that's not good. Das muss doch hier irgendwie mit dem Teil hier zusammenhängen. Oder nicht? Komm ich da nirgends so? Anscheinend nicht. Sehr komisch, sehr. Da oben hängt einer. Jo. Sehr verdächtig hier. Ja. Sorry. Tja. Ich muss da rüber, ja. Wunderbar. Aber wie? Hä ? Have you ever a idea here? Kann ich da irgendwo reinkriechen? Ah, kann ich da irgendwie reinkriechen? Nö. Ein Weg zum Sneaky 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 geht auch nicht. Tja, I'm a little bit überfordert. Ein bisschen überfordert. Ein bisschen überfordert. Jetzt hat mein Schild kaputt gemacht. Wie komme ich da rüber? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Er hat doch ein Boot, oder nicht? Hat er kein Boot. Ich weiß es nicht. Oh, hi. So, uh, what exactly are you doing out here? No fish can live down here in this sludge. If there aren't any fish in there, why are you fishing? What's, what is that? What's going on? Because I'm still working up the courage to drown myself. Kein Mut sich zu ertränken. Muss es sein. Ah, du bist ein wiserer junger. Kannst du uns ein bisschen über Ninetorg? Oh, quiet. Sie hat öfene überall. Oder antenne. Whatever eine älteste hier ist. Ist sie wirklich so gefährlich? Komm her. Ich meine, sie ist nur ein Ganglord. Jäste nur ein? Pfff. Was für die anderen acht Torgs? Warte, so die neun und nein Torg, ist es ein Counter? Es gibt neun Torgs? Es gibt neun Klone von hier. Ja klar muss ich angeln. Wie komme ich jetzt da rüber? Dies ist das große Problem. Hast du irgendwas gesehen, was mir helfen könnte Anja? Hier rüber zu kommen. Wenn ich aber den Weg gehe, dann gibt es aber nichts. Aber das ist nichts. Ich komme nicht da rüber. Die müssen doch auch irgendwie da rüber kommen. Or not. I don't understand that. Da hoch komme ich nicht. Und jetzt muss ich da rüber. Aber wie? Wie komme ich da rüber? Oh. 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 Oh! Oh! Perfect shot! You fucking nailed it! How sick was that? Whew! Okay. I gotta recharge. It doesn't take too long, but it's a little longer when there's enemies nearby. You know? My body gets too tense. It's like trying to piss when someone's watching, you know? I always hated Alien Ant Farm. Ah. Jesus. Einfach mal hier einen guten Schuss. Einfach mal einen guten Schuss. Einfach mal einen guten Schuss. Was? Ich kann das nicht mehr, wenn du im Kampf bist. Oh, das ist ein Love Locks. Es gibt immer noch gute Loot drin, aber wir brauchen etwas schwarmes Gerät, um ihn zu öffnen. Einfach scharmen so? Danke fürs Gespräch! Und wo muss ich jetzt hin? Es muss ja hier irgendwo sein. Ich muss hier irgendwie rein. Ah, da lang, wunderbar. Ich will, dass du meinen Glaubshot benutzt hast. Hier kommt noch mehr, oder? Wir? 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 Wo steckt er? Wo ist er? Oh! Jesus, hau ab du! Schiet auf einen, wie mit dem Kellys Klumpenschuss in die Luft. Ah, okay. Ja, halt aber nicht Stau, der wohl was! Er regt mich so langsam auf! Werbung! 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 Holy Shit! Nein! Wann mal Inventar, was hab ich denn? Inventar? Mods Verbesserung! Kleiner Mod, kleiner Mod angelegt! Äh, Verbesserung, Gegenstände! Scanweiler, Kopfkernanzug und Kenny! Kenny! Tiri! Das ist Kenny! Ein Gatland! Ein Gatland! Gott... Gott... Gottlian! Ein Gatland! Du kennst ihn! Er gehört zu einer Rasse lebender Waffen, die sprechende Waffen ähneln! Du hast ihn vor dem C3 Kartell gerettet, oder G3 Kartell gerettet, als sie deinen Heimatplaneten überfallen haben! Aber komm schon! Du weißt das alles, oder? Ich muss dich nicht daran erinnern! Du weißt, dass du... Du solltest aufhören, dies zu lesen! Achso! Danke! Äh... Verbesserung! Klubenschuss! Warpscheiben! Ich habe überhaupt keine Warpscheiben! Ah! Karten! Jägerforen! Blimp City! Geplänkel in Blimp City! Karten habe ich keine! Also wunderbar, ne? Werbung fertig? Werbung fertig! Werbung fertig! Der Kenny! Mein Freund Kenny! Ach, der Herr Lester, grüße! Lang nicht mehr gesehen, Herr Lester! Wie ist das allgemeine Befinden? Hey! Careful with the merchandise! Whoa, whoa! Hold up a bit! Let's listen! They're gonna be here any minute! Just... Just patiently! Oi! Fuck you! I'm sick of this! I wanna tear through someone's guts! Oh! I think they're talking about Gene's knife! Fuck you! Shut it, freak! We've had enough of your bullshit! Yeah! It's your fault Stemulax is dead! I was in love with him! Did you know that? I loved him! Just... Huh? Who's there? Who are you? Hey! Hello there, friends! I think it's the buyer! Hey! Are you the buyer? Äh... Ich bin hier, um meine Wäsche zu waschen? Ja, ich bin der Käufer! Ich... Ja, ich bin... Dein geliebter Stemulax auferstanden von den Toten! Was?! Pfff! Ganz okay! Oh... 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 Man versucht halt zu überleben! Alright... Here's the product! A genuine talking knife! I gotta be honest with you! He's a real piece of shit! He's extremely violent! He basically only talks about why I think to kill people in very disturbing ways! Fuck you! I'm gonna carve out your anal cavity! I'm gonna make you three times as big! Your shit's just gonna drop right out of there! Let's see what I'm talking about! Oh, I'm perfect! That's exactly... Fuck yes! Thank you! I'm sorry! Now use me! Use me! Let me fucking stop these cock-sucking ass! Oh, just... Uh... Don't do anything crazy when you're in the night! Just... See if you like it! Put it back! Yeah, thank you! It's... What?! I said it! What the fuck are you waiting for? Excuse me! Come on! Stop! Oh, fuck yes! Finally! You have no idea how long I'm thinking about this! Oh my god! You just killed the second life of my life! Yes! Fuck yes! More! 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 Stabbing! Haha! Haha! This messer is so crazy! Oh, that's the past for us! Is this really the knife Gene was talking about? Gene? Did you just say Gene? Okay. Change of plans! Bring me to Gene! Stark and f**k! Wait! What? Why? He sent us to rescue you! Ah! That's rich! There's no way I'm forgiving him though! For leaving me with that f**king 9 Torg! He sent me to me! He sent me to me! No! No! 9 Torg! We're trying to kill her! Ah! Perfect! Finally! We're on the same page! Let's kill 9 Torg! Damn Gene! Okay! Definitely 9 Torg! But let's put a pin in the whole Gene thing! How do we get out of here? With my tether ability! I'm more than just a knife you racist! I can tether too! Look up and latch on! I'm going to fill the magnetische Objekte am Hakenkäfer zu hängen! Hakenkäfer! Was für ein Hakenkäfer! Yeah there we go! Fucking cool, alright! You gotta use me to swing across this sludge! Das Messer hat doch den vollen Schaden, oder? Ja, swing off that bug, jo, mach ich ja schon. Ich versuch ja schon alles. Äh... Er muss ja erstmal hier hinkommen. Was soll ich machen, äh... Ich hab keine Ahnung, was soll ich drücken? Oh, ich soll da nicht draufschießen. Äh, was muss ich drücken? Was muss ich drücken? Ah. Äh, jo. So spiele ich neue Rig and Morty-Game. Oh. Oh, wie komme ich jetzt wieder da rüber? Alright. Alles Kärchen, Bärchen. Und da muss ich drüber, da muss ich drüber. Oh, der hat mich am Buckel, ja. Da komme ich ja... Da, 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 da komme ich ja nie im Leben rüber, ja. Yo. Cash. 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 Das Messer will den nur umbringen, ne. Kennst du Rig and Morty? Ich denke mal schon, oder? Wie kommen wir da rüber? Wie kommen wir da rüber? Wir müssen da was da hin. Da müssen wir hin. Oh. Oh. Das war jetzt nicht so gescheit. Das war not so gut. Wir müssen ja irgendwie da rüberkommen. Da-da-da-da. Irgendwie. Da drüben haben wir doch so ein Körperchen. Machen wir doch ein Kömmerchen. Cash einsammeln hier. Hab ich noch nicht alles gesehen, ah. Das Messer ist schon crazier. Und der andere da, der rechte, ist auch der Kenny, meine Waffe. Oh, Entschuldigung. I'm damaged. Geronimo muss da irgendwie hoch. Und dann irgendwie da rüber. Aber wie? Hier muss ich irgendwie rüber kommen. Da hoch. Aber hier kann mich nichts hinbeamen. Warum nicht? Und da rutsche ich mit Sicherheit runter. Oh, nein. Oh, nein. Aber da komme ich nicht hoch. Oh, nein. Oh. Ja, sorry. Ich komme hier. Ah, Moment mal. Magic. Ah, Mr. Magic. Ah, Mr. Magic. Oh, Mann. Und da kann ich noch nicht mit zwei anderen Flachen hier stehen. Oh, das war lustig. Aber hier wird es nicht. Hier ist es, wie als ich es weggegangen bin. Ja, ich weiß hier. Ich habe mich nicht mehr und da machen. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Right button. Mama Mia! That's the stuff! Mama Mia! Yeah. Da da da! Ahhhhhhh. Easy living. Oh, sludge work. Niantor should be here. Ha, ha, ha. Haq Richmond! Why did you even think he is that?! 波動? Meron! Fight my ant brethren! Fight for your lives! An procand tevel! Stepped on your ass! Well! The ant kill is more powerful than we were left on�로! Wow! I feel really powerful! Do you feel powerful? Were you unstoppable? Is this blood lost? Am I feeling blood lost right now? Oh, yeah, that's what I'm talking about, isn't it? Oh, man, I guess I am. Nine Torque must be close. Let's ride this wave and kill her, too. I want to fuck her up real good. How do you like this? I'm just getting warmed up. That's how she's got a squad, too. Shit. You're throwing forward. You ready bounty hunter? Hey. Easy, or all. All is easy. I've been laughing here. There are some up there. But where do I have to go? We have to go up there. We have to go up there. We have to go up there. I don't want to be pushy or anything, but maybe try my glove shot every now and again, you know? Yes, I'm sick. I'll take your money here. What's right? What's wrong with you? What's wrong with you? Ich bin total besäger, ja. Jesus Christ, ja. Yo, ich geb mir ja schon mühe hier. Er ist schon kleine Nervenseh ich hier, ne? Entdeck alle Orte in den Schlamm hier. NIGHT TALK! Ja, BITCH! Was? Jesus, es ist so gross, du trägst in da gewesen. Hehehehe. Stimmt, hop auf mal raus. Was ist das? Was ist das? Die Probleme. Sieh, du bist doch nicht. Der hat viel Leben, der erholt er auch nicht, ja? Und außerdem ist eine Frau. Und außerdem gibt es neun Klonen, ne? Ah, ich habe keine Chance, ja? Keine Chance, null hier. Es gibt neun Klonen. Klonen, Admiten, wir-wir-wir-wir-wir're hurting you! Bunky! Ja, Bitch! Ja, ich gebe mir schon Mühe, ich komme aber nicht hoch! Oh! Oh! Ich komme gar nicht hoch, ich komme... Ich komme nicht hoch! Ja, ich habe keine Chance. Ich komme nicht hoch! Ah, ne, du! Thema klein ist bisschen zu kompliziert hier. Ein Lidl bist zu stressig hier. Ich habe keine Chance da. Ja, der ist schon so schlimm. Ja, der ist schon so schlimm. Ja. Das sage ich vor allem, da hast du gar keine Chance. Ja, ne, die. Olle, ja. die alterskeit ist ja heute und vor allem wie soll ich da hochkommen im blick dort komme ich da nicht hoch Hau ab, du! Yo, shut up! Stay in the airs, ja. Ich muss ja, ich muss ja... Ja, der war schon! Äh, nee. Das war ein bisschen... Ah, ich fühlst mich. Das ist echt besser. Ah, ich fühlst mich, muss ich ehrlich sagen. Und ich hab auch schon andere YouTuber gesehen, die haben es auch nur eineinhalb Stunden gespielt und dann haben sie irgendwie die Lust verloren. Ich mein, ich bin schon geil gemacht. Da gibt's nichts, aber grad jetzt diese Aktion hier, mit dem in der Luft bleiben, bevor der Schleim da kommt, da ist ja eine Nullchance, ne? Das ist ja ein bisschen arg. Stressig. Verstehe ich, jetzt muss ich ja dann in der Luft bleiben, ne? Das ist ja so gross, dass du in der Luft wirst, ne? Das ist ja so gross, dass du in der Luft wirst. Und das ist nicht einfach. Und das ist nicht einfach. Jo, wie? Ich komm nicht, kann ich so lange in der Luft bleiben. Stay in the earths, ja. Ja! Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Sich so lange in der Luft zu halten. Du musst ja immer wieder was finden, wo du dich dranhängen kannst, ne? Nee. Nichts. Wir haben dich vertraubt. Wir werden dich schützt. Oh Mann, ich hab dir das. Wir werden dich schützt. Blöde Kuh hier Da heee Neee Nee, nee, nee Und dann halt das Problem mit dem Englischen, ne? Das ist halt schwierig Wenn man's da nicht versteht, ist halt scheiße, ja Ja, dann ist halt gleich Keiner, nee, nee Ah Nee, ich glaub, das lass ich lieber Das ist nix für'n alten Rentner Einmal leicht, leicht zu chaotisch Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Äh, VITALWERTE NEDRICH Den, äh, VITALWERTE NEDRICH Ja, na, ja Ja, hey, alley Nee, nee, nee Ja, hallo, nee Nee, nee Nee Das ist much, much zu viel, much zu viel. Ich glaube, das ist das, was auch viele dann sagen lässt, ne, das ist doch nicht meins, weil, also hallo, hallo, liebe Liebenden, so nicht. Egal, verlierst du auch gleich. Why? Der Anfang war so geil und das Spiel ist so geil, aber das jetzt, das ist so, wo du sagst, ne, ne, braucht kein Mensch. Schade eigentlich, schade eigentlich. Aber man kann sie nicht herbeizwingen, ne. Zumindest mal haben wir sie angetestet. Und wer den Anfang verpasst hat, der sollte sich den nochmal anschauen, weil der ist wirklich cool. Nein, so ist er überhaupt cool, aber. Vor allem dann halt die kleine Übersetzungsgröße, ne, die Untertitel, wo man nicht größer machen kann, wo man halt schwierig hat zu lesen. Und bei der Geschwindigkeit, wo die reden, sich unterhalten, hast du ja gar keine Chance überhaupt das so schnell zu lesen, ne. Und wenn du das dann nicht verstehst, kein Englisch, schon gut. Dann bist du halt hoffnungslos verloren, ne. Und ein bisschen was, äh, möchte man ja auch verstehen, ne. Vom Spiel, denk ich mal, ne. Ein bisschen was. Aber ein ganz witziges Spiel, ja. Für Profis halt, ne. Für Profis. Da spiel ich doch lieber hier meinen Vampire Survivors. Da brauch ich nicht so viel denken. Nichts. Und dann bin ich ganz mingfuß. Und ich bin ganz gut vom Spiel.